Zurück in Regensburg, äh, Tallinn. Stadt am Hof. 1972. Nein, es ist Tallinn. Und zwar 2021, 9. April. Und ich marschiere an einer Stadtmauer entlang. Jetzt mal zugegeben, es schaut wirklich aus wie in Regensburg. Damals. Hinter der Grippe. Könnte sein, oder? Okay, diese Autos gab es damals noch nicht. Schon schick, wenn das alles ausgebaut ist. Und meine lieben Totusse, da können Sie mal auftreten.